ja hallo und servus wünsche euch einen wunderschönen tag ich bin gerade mit meinem hund eine große runde spazieren gegangen und weil es noch ziemlich frisch draußen ist habe ich mir einfach dieses tuch geschnappt und umgetan und unterwegs bekam ich eine coole idee wenn man dann in ein geschäft muss oder in ein öffentliches verkehrsmittel dann macht man einfach ich bin gerade mit meinem hunderschönen tag ich bin gerade mit meinem hunderschönen tag